Ich bin Great. Ich bin Stefan. Ich bin JJ. Und wir sind Gats. Was machen denn ihr für Musik? Was hört man von euch für einen Stil? Eigentlich alles Trap, Hip-Hop, Vibes, Energy, alles mehr. Die Leute, die uns hören, wissen Bescheid, was geht's für Top Leistung. Drei junge Buben bei uns im Ländle, wie kommt denn die Musikrichtung bei uns auch? Ist das etwas, was die Leute gerne mögen, oder gibt es da den einen oder anderen, der will sich den Kopf schütteln? Das ist etwas Neues, was Neues halt, neue Vibes. Was es da noch nie gegeben hat, deswegen feiern die Leute das auch, weil es ist alles Original von uns und die Vibes, Energy, Lieder, Texte, Flow, Beats. Einfach eine neue Generation, einfach eine neue ist gut, würde ich sagen. Wie lange gibt es euch denn schon? 2018, 2019. Ja. Woher kommt ihr denn? Wo aus dem Ländle? Aus Nigeria. Wir sind alle aus Nigeria. Aber Dombien, wir sind alle aus Nigeria. Also gleich doppelt aus dem gleichen Gebiet. Okay. Ihr macht jetzt mit beim Talente, was erhoffen wir euch denn? Der große Gewinn oder jetzt erstmal wieder auftreten nach Corona und mitmachen ist alle? Einfach Übung, wie du sagst. Nein, bei uns das ist nicht. Wir haben schon vier Auftritte seit das Lockdown fertig ist. Ich glaube, wir bringen immer Top Leistung, Top Energy, Top Vibes und hoffen, dass die Leute das mitfühlen und einfach das Credit geben, was wir natürlich verdient haben. Unten nicht die Gesichter. Es macht nicht die Folgen, dieIEhen ich aberso was hier nicht, was كل mit wie viele Franken ist, auf Mensch nachemy場 hat. Es geht nicht weiter ins chinese freakig, weil es wie möglich gemacht hat! Es geht nicht weiter nach weiter. Amtslusion geht.